Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen. Wir haben Dienstag. Dünneli ist jetzt gerade in den Kindergarten gebracht und direkt mal ein Fail erlebt. Meinte seine Erzieherin, wo wart ihr denn gestern? Wir sprechen auch so privat und ich dachte, sie meint irgendwas Privates. Und als ich dann herausgestellt hat, dass sie mich fragen wollte, wo wir waren, weil der Kindergarten geöffnet hatte, habe ich wahrscheinlich blöd aus der Wäsche geguckt. Und ich habe extra nochmal geschaut in die E-Mails. Nicht, dass ich einen falschen Tag aufgeschrieben habe oder sowas. Dann habe ich ja nochmal in die E-Mail geschaut und es war tatsächlich für gestern halt eben pädagogischer Tag. Und sie meinte, ja, das war auch ursprünglich so. Es wäre aber noch irgendwie eine Mail gekommen, wo dann halt ein neuer Termin genannt wurde. Fail. Was soll ich euch sagen? Naja, egal. Vatalia ist halt mein Tag zu Hause. Beziehungsweise wir waren ja eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Also, joa. Jetzt fahre ich mal kurz in den Didel, weil ein paar Sachen leer gegangen sind und uns ein paar Brötchen holen. Dann fahre ich wieder nach Hause. Heute soll es ja so ein bewölkter, teilweise regnerischer Tag werden. Deswegen, sowas motiviert mich dann immer, mal richtig in die Tasten zu hauen. Ich habe mich gestern ja auch gar nicht mal gemeldet. Wann habe ich mich das letzte Mal gemeldet? Also, wir sind ja nach Frankfurt gefahren. Und dann sind wir, hatten wir meine Mutter dort getroffen. Die ist eigentlich nur mit uns in den Wollwort gegangen. Dann waren wir im Wollwort gewesen. Oder Woolworth. Wie auch immer. Wie ist das, was ich meine? Und das war der totale Fail. Weil, also erstens diese Kerzenständer, die ich in Bad Homburg gesehen hatte, die gab es dort nicht. Obwohl der viel größer ist. Und eigentlich, wenn ich dort gewesen bin, hatte ich immer das Gefühl, so, oh mein Gott, ich will den Laden leer kaufen. Und dieses Gefühl hatte ich gestern einfach gar nicht. Also, so wirklich gar nicht. Die Sachen haben mir irgendwie gar nicht gefallen. Ich habe also wirklich nicht eine einzige Sache mitgenommen. Weder privat noch für die Hochzeit. Also, kompletter, kompletter Fail. Dann wollten wir neben, also gegenüber gibt es so einen großen Eissalon. Und der hatte die ganzen Stühle draußen aufgebaut. Aber die Stühle waren so angekettet, dass man sie halt nicht klauen kann. Und haben uns schon gedacht, so, hä, wieso sind die denn aufgebaut? Aufgebaut, aber trotzdem angekettet, so, dass man sie nicht ziehen kann, sich hinsetzen kann. Dann hatten wir an der Eistheke gefragt, ja, ob man sich denn nicht hinsetzen darf. Und die meinten so, nee. Also, ganz, ganz komisch. Ja, weil ich hatte vorgehabt, dass wir uns hinsetzen und auch nochmal kurz quatschen. Weil meine Mutter ja heute Morgen zur Kur gefahren ist. Und ja, die Möglichkeit hatten wir dann nicht. Also sind wir dann nochmal weitergelaufen. Meine Mutter ist dann aber auch losgefahren, weil sie musste heute Nacht irgendwie um drei Uhr oder sowas aufstehen. Genau, meine Schwester und ich sind dann nochmal bei Ernst Nix Family rein. Da habe ich drei dieser Kerzenhalter gekauft, die ich gestern gesehen habe. Die hatten nur drei. Online kann man 15 bestellen. Das werde ich jetzt gleich machen, weil das ist ein Zweierpark. Das heißt, ich habe dann 33 und dann werde ich nochmal ein, zwei Stück irgendwo besorgen oder nochmal einen Schwung online bestellen. Keine Ahnung. Ja, und wohl oder übel muss ich nochmal in den Wollwort, Wollbeirth nach Bad Homburg fahren. Ich bin halt so unsicher, ob ich diese eine Kerze, ob ich diesen einen Kerzenständer, diesen kleinen, nur stehen lassen soll oder ob ich zwei Kerzen nebeneinander. Weil zwei Kerzen sieht schon schön aus und vor allen Dingen, wenn die eine unterschiedliche Höhe haben. Aber der Höhenunterschied wäre schon sehr extrem. Nicht nur so ein, wenn es so ein bisschen Höhenunterschied ist, ist es schon gut, aber es wäre wirklich bestimmt so viel Höhenunterschied. Und es sieht ja dann auch wieder komisch aus. Deswegen, ich bin so, meine Nerven sind langsam so, ich habe keine Lust mehr zu suchen. Ich weiß nicht, wie viele Tage, wie viele Stunden ich mittlerweile daran verbracht habe, nur wegen diesem Kerzenständer. Das macht mich irre. Katastrophe. Ich war schon kurz davor, zu sagen, ich kaufe es einfach und behalte die dann, also nehme die sozusagen auf meine Kappe. Katastrophe. Naja, egal. Das ist etwas, worum ich mich heute auch wieder kümmere. Aber ich fahre heute nirgendwo hin. Also ich gucke nochmal online, ob da irgendwie eine Lösung ist und oh Gott. Ansonsten muss ich auch andere Sachen mal, ich bin jetzt die ganze Zeit bei den Kerzenständern hängen geblieben. Ich kriege jetzt am Mittwoch oder am Donnerstag überhaupt erstmal die finale Anzahl der Gäste. Es ist mit 150 geplant. Es soll auch nicht drüber gehen. Ich hoffe, das bleibt dabei. Sonst habe ich echt ein Problem. Ich habe jetzt die Tische ausgerechnet. Das waren dann 151 sozusagen. Das heißt, sobald irgendwie ein Gast mehr ist, müsste ein komplett neuer Tisch aufgebaut werden. Und das heißt, die komplette Deko noch einmal obendrauf kommt. Naja, meine Schwester hat jetzt am Samstag frei. Die hat nämlich irgendwie getauscht, Samstag und Freitag. Und am Samstag werden wir auf jeden Fall zum Andreas fahren. Genau. Ja, deswegen, ich brauche auf jeden Fall final die Gästeanzahl und dann darf sich da auch nichts mehr ändern, weil sonst, dann hat halt ein Tisch keine Deko. Dann ist es halt so, weil ich, das ist ja jetzt wirklich in drei Wochen, ein paar Tage die Hochzeit, da kann ich nicht mehr viel machen, weil einiges kommt aus dem Internet, einiges ist aus irgendwelchen Läden, die teilweise nur ein, zwei Teile hatten, wo ich aus mehreren Filialen Sachen zusammen gesammelt habe. Oder halt eben Andreas, wo man eine Stunde hinfährt. Also das kann ich dann halt, deswegen, ich mache das jetzt am Samstag noch einmal. Weil wir hatten nur für 25 Tische alles geplant und mitgenommen und wir müssen jetzt auf 34 Tische gehen. Und dann, genau, bin ich gespannt. Ja, ansonsten, wir waren dann bei Ernstings Family gestern drin, da haben wir diese Kerzenständer, ich zeige die euch zu Hause später, geholt. Und dann haben wir gesagt, so komm, dass wir nicht komplett umsonst hierher gefahren sind, gehen wir nochmal zu Zalando Outlet rein. Und bei Zalando Outlet, muss ich echt sagen, da habe ich eine Zeit lang, wenn ich da reingegangen bin, hatte ich ja voll, ich bin da so motiviert, ja. Ich gucke dann auch und du musst da ja wirklich suchen, ja. Das ist ja nicht wie ein normaler Store, dass du da alles so direkt siehst, sondern es sind ja Einzelteile, die da nebeneinander hängen. Da muss man wirklich gucken, machen, tun. Und wir, sowohl meine Schwester als auch ich, wir sind da rein und wir waren in zehn Minuten wieder draußen. Also, so eine schlechte, stickige Luft und dann mit der Maske und es war gestern so heiß und so schwül und wir hatten überhaupt gar keine Motivation zu suchen und keine Ahnung was. Also, bei zwei, drei Sachen bin ich ein bisschen kurz durchgegangen, weil ich da was geschaut hatte für meinen Mann oder auch für die Kids. Aber, wie gesagt, wir sind beide ohne einen Einkauf raus. Haben wir uns noch eine Kugel Eis gegönnt und dann auch wieder nach Hause. Also, also dieser Weg gestern nach Frankfurt war der totale Fail. Wir haben unsere Mama nochmal gesehen, das war gut, aber alles andere war der totale Reinfall. Super. Satz mit X. Naja, deswegen habe ich mich gestern gar nicht mehr großartig gemeldet. Das hat mich alles genervt und es gab auch nichts zu zeigen. Deswegen, ja. Ich hoffe jetzt mal schnell in die Lille rein und dann melde ich mich später wieder zu Hause, ihr Lieben. So, wieder zu Hause und hier mein Mini-Lidl-Einkauf. Ich habe hier einmal, dass hier da mal was da ist, Südkartoffelpommes geholt. Das ist für meinen Mann. Dann sind hier die Küchenrollen ausgegangen. Am Samstag, oder wann war das? Voll verzweifelt hier. Dann habe ich mal Kirschen mitgenommen, die sahen eigentlich ganz gut aus. Dann ist unsere Geflügelfleischwurst leer gegangen. Die liebt der Leas ja so sehr. Die sind auch perfekt für in die Kindergartenbox mit reinzumachen. Dann ist auch Salami leer gegangen. Ich habe gerade wieder lange nach einer Salami gesucht, wo kein Schwein drin ist. Also wenn man Geflügelsalami, wenn vorne Geflügelsalami steht, hat das noch gar nichts zu heißen. Ihr müsst echt immer hinten drauf gucken. Ich hatte nämlich, das ist mir halt eine zu große Packung. Das ist halt niemand außer der Leas. Und ich habe eine kleinere Packung hier rausgesucht gehabt. Da stand fett Geflügelsalami drauf. Und hinten stand dann direkt als zweites, drittes Schweinespeck oder sowas. Also hier muss man halt, hier steht wirklich Trutan und Geflügel und so weiter. Rind ist hier noch drin. Aber ganz wichtig darauf achten, falls jemand auch wichtig ist. Für mich die Brötchen habe ich hier Eis mitgenommen. Ich habe einfach nach diesem Double Karamell geschaut und ich dachte, das wäre das von Magnum. Das ist aber irgendwas gefälschtes hier. Deswegen mal gucken, wie das schmeckt. Ich bin echt gespannt. Und ein paar Gläschen für den Samo, weil dort gibt es immer wieder dieses, das ist so Samo sein Lieblingsgläschen, Zwieback in Bananeapfel. Und der ist irgendwie beim DM bei uns immer ausverkauft. Aber hier gibt es den immer. Deswegen nehme ich da immer ein paar Gläschen dann mit. Und das war es schon. Hello ihr Lieben. Da melde ich mich wieder. Wir sind mittlerweile 12 Uhr. Ich habe gerade einen Putzmarathon hinter mir. Aber vom Feinsten. Ich habe mir gerade das kleine Badezimmer nochmal richtig geputzt. Ich hatte nämlich letztens nur den Waschbecken gemacht. Also am Motor. Aber ich hatte Spiegel und Spiegel vor allen Dingen im Flugzeugkatastrophe. Und was ich gemacht habe, hier steht auch noch der Staubsauger. Ich habe hier... Letztens hat irgendjemand gefragt, ob wir unsere Miami noch haben. Ja. Ich habe hier die Mülleimer einmal komplett rausgeholt. Und die kompletten Flaschen rausgeholt. Weil ich habe heute Morgen... Das darf man gar nicht sagen. Das ist eigentlich voll eklig. Aber ich habe hier so ein Vieh entdeckt. Das war aber keine Made. Ich weiß nicht genau, was es war, ehrlich gesagt. Und deswegen bin ich dann einmal die kompletten Schränke, Fächer und so durchgegangen. Und es war alles in Ordnung gewesen. Ich habe sogar den Kühlschrank nach vorne gerutscht. Also ich habe wirklich Vieh gerade geputzt. Ich habe den Kühlschrank nach vorne gerutscht. Um da drunter mal richtig zu saugen und zu putzen und so weiter. Auf jeden Fall ist diese Schublade der Übeltäter. Da habe ich nämlich, ich glaube, fünf, sechs von diesen Viechern gefunden. Oder sogar mehr. Ich glaube, es waren sogar noch mehr Leute. Richtig, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, das ist mir in der alten Wohnung auch ein-, zweimal passiert. Da waren die aber bei Lebensmitteln. Da, wo so Mehl und solche Geschichten sind, da habe ich die mal gefunden. Aber das waren auch so kleine. Die waren jetzt so ein bisschen größer. Die waren bestimmt so einen halben Zentimeter, Zentimeter lang. Also wie so Raupen sahen die aus. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles einmal rausgeholt. Alles abgesaugt. Dann alles abgewischt. Und alles, was ich benutzt habe, sogar den Lappen. Ich habe alles weggeschmissen. Alles, was in Plastik war, habe ich weggeschmissen. Die waren nämlich echte da drinne gewesen. Wir hatten zum Beispiel eine Kartonbox, wo unsere ganzen Spülmaschinen-Tabs drinne waren. Aber die Tabs sind einzeln nochmal in so Folie verpackt. Mich juckt es jetzt schon, wenn ich dran denke. Also da war echt alles Mögliche. Ich hatte auch so, das ist jetzt ein neues von oben, aber solche Sachen, wo dann halt neue, hier so einen Schwamm hatte ich zum Beispiel noch gehabt. Da habe ich auch eins drin gesehen. Ich habe alles weggeschmissen. Ich habe echt alles weggeschmissen. Und als ich dann damit fertig war, alles, ich bin direkt zum Müllermann und habe alles weggebracht, alles weggeschmissen. Dann habe ich, wie gesagt, alles abgesaugt, alles abgewischt. Danach habe ich Sackrotan draufgesprüht, als ob ich hier irgendwie keine Ahnung wen vergiften würde. Ich konnte halt nicht mehr atmen. Ich habe hier alle Fenster, auch die Haustür, ich habe alles aufgerissen. Der Samu ist aber am Schlafen, der hat davon nichts mitbekommen. Genau. Und dann habe ich auch die ganzen Flaschen wirklich untersucht und abgewischt und auch die sogar eingesprüht. Beziehungsweise ich habe teilweise solche, ich habe so Tücher, also so Sackrotantücher. Genau. Ich hoffe, jetzt ist alles sauber. Genau, ich habe halt auch in die anderen Schränke geschaut und Sachen zur Seite gerutscht, um zu gucken. Ich habe nirgends was gefunden. Es war ausschließlich in dieser Schublade. Ja. Und jetzt habe ich gerade auch die Box zum Beispiel, wo unsere Spülmaschinentabs drin sind, weggeschmissen. Da waren locker noch 50 Stück drin. Ich habe alles weggeschmissen. Ich wollte nicht, dass ich irgendwas übersehe oder so. Deswegen, ja, ich habe gerade so einen kleinen, wie gesagt, Putzmacher drin unter mir. Ja, jetzt haben wir 12 Uhr und ich habe mich jetzt gerade dafür entschieden, dass ich jetzt mal schnell zum Action gehe, weil ich brauche hier noch ein paar Sachen, um, ja, weil ich habe ja alles für 25 Tische gekauft. Ich muss noch ein bisschen was kaufen. So, ich wollte euch das hier auch mal zeigen. Das ist das, was ich gemeint habe, was ich auf die Tische stellen möchte. Also, es ist jetzt nicht der absolute Hit. Ich finde es persönlich aber schön. Also, mir gefällt das. Ich finde es ganz cool, weil hier auf der Seite kann man ein Teelicht reinstellen. Und wenn man das Ganze dann umdreht, kann man eine so langstielige Kerze reinstellen. Und die gab es halt in verschiedenen Farben. Und das ist halt einfach dieses Clear Kristall. Und das finde ich eigentlich echt schön. Also, ich werde zu denen auch sagen, weil wir haben ja dann, ähm, ja, 35 Stück. Ich werde auch sagen, ich werde ein paar sozusagen denen abnehmen, dass sie da nicht irgendwie 35 Stück dann zu Hause haben. Ich werde ein paar abnehmen, weil ich finde, mit denen kann man echt viel machen, wenn man die draußen hinstellt und Teelichter macht. Kann man das schön sich abends machen oder generell, wenn irgendwelche Feiern sind, ein paar Stück davon. Weil die sind natürlich leichter zu verstauen als irgendwelche, ähm, hohen Sachen. Ähm, die finde ich ganz cool. Und vor allen Dingen, ich habe ja schon gesagt, es ist ja alles in diesem, ähm, beige und weiß. Und wir haben ja dann auch nebendran, wir haben ja auch noch, äh, habe ich euch ja gezeigt, die kleinen für die Teelichter. Und dann auch noch die Vase. Die ist ja auch aus, also durchsichtigem Glas, ohne dass da irgendwie eine Farbe oder sowas mit bei steht, äh, mit bei ist. Deswegen, das passt halt eben auch zum Look. Genau. Ja. Am liebsten hätte ich sowas gehabt. Das zeige ich euch mal. Das ist jetzt eben für den Tisch. Schaut mal. Ist jetzt natürlich auch Geschmackssache. Aber, ähm, hier möchte ich noch so mit, äh, Trockenblumen, Pampasgras und so weiter arbeiten. Und ich finde, das passt halt einfach, weil es nicht so, es ist nicht so pompös. Also wie so einen richtigen, ich dachte erst an so einen richtigen Kerzenleuchter. Ich finde, der hat aber zu diesem Boros-Style nicht so hundertprozentig gepasst. Ähm, und die waren halt teilweise auch sehr teuer. Der hier war jetzt auch relativ teuer. Der hat, ich glaube, 37 Euro oder so gekostet. Ich habe zwei davon bestellt, dass ich links und rechts was aufstellen kann. Bei dem anderen sind aber keine Schrauben mit dabei. Das musste man unten so dran schrauben. Und dann ist hier so ein rutschfestes Ding, was man draufkleben kann. Ähm, genau. Deswegen, der zweite liegt da noch. Aber, wie gesagt, keine Schrauben da. Und ich finde die echt schön. Also mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Ähm, da kann man viel draus machen. Es ist halt modern. Das kann man dann auch für die Wohnung nutzen, sich hinzustellen. Und, ähm, genau. Es ist halt nicht so total Hochzeit, Hochzeit, Hochzeit und sonst nichts. Ähm, und ich finde, das wird auf jeden Fall zu der Deko passen. Genau. Und solche Stäbe gab es halt eben auch einzeln zu kaufen. Ähm, aber einzeln ist das günstigste, was ich gefunden habe. Ich glaube, 9 Euro, 8,99 Euro. Ähm, ja. Und einen so einen Stiel nur hinzustellen, das ist so sinnlos irgendwie. Also es müssten halt schon so zwei und dann verschiedene Höhen. Aber, ähm, es gab halt zum Beispiel Dreier-Sets für 15 Euro. Und ja, aber, ja, dann muss man das Ganze halt mal 70 rechnen. Also 70 Teile bräuchte ich ja und das wäre halt wirklich unglaublich teuer. Aber das hätte ich wirklich am liebsten an allen Tischen. Aber das ist halt leider nicht möglich. Ja, deswegen muss ich mich weiter mit dem Kerzenständer-Thema beschäftigen. Aber ich bin froh, dass der Haupttisch, der Braut, Bräutigam-Tisch, dass die einfach wirklich die perfekte Deko haben. Ähm, wenn alles andere nicht perfekt ist, deren Tisch soll perfekt sein. Genau. Ja, jetzt werde ich hier auf jeden Fall nochmal so einen Teil abschrauben und das hier mitnehmen. Und einen so einen Teil mitnehmen und zum Action gehen. Und ich brauche hier noch, ähm, Kerzen. Jetzt bin ich allzu überlegen, ähm, ob ich weiße Kerzen nehmen soll oder beige. Weil wir haben ja schon die Tischdecke, die sehr viel einnimmt von weiß. Dann haben wir aber den Tischläufer, der wiederum beige ist. Und diese ganzen Kristallklar-Sachen zählen ja auch so unter weiß. Dann haben wir aber wiederum die, ähm, die Trockenblumen, die ja dann insgesamt sehr beige wirken. Jetzt weiß ich echt nicht. Also ich glaube, dass ich hier eher... Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht natürlich auch, wie das hier mit beige aussieht. Ich glaube hier lieber weiß und vielleicht hier beige oder dann doch alles weiß. Also da bin ich jetzt voll unentschlossen, ob beige oder weiß. Keine Ahnung. Ich habe auch das Gefühl, so... Klar, weiß geht immer. Aber beige sieht vielleicht auch ein bisschen nochmal ein bisschen hochwertiger aus. So eine Farbe. Keine Ahnung. Musche mir gleich mal vor Ort angucken, was ich da für welche finde. Ähm, genau. Ja, das ist eigentlich auch das Einzige, was bisher jetzt, ähm, angekommen ist. Ich würde sagen, ich mache mich mal auf den Weg. So, jetzt zeige ich euch mal ein paar Sachen. Ich habe hier einiges eingekauft. Und das sind die Kerzen, für die ich mich entschieden habe. Die fand ich einfach so schön. Die sind nämlich nicht pur weiß oder so ein richtiges beige. Das ist so ein... Es sieht schön aus. Weil es gab richtig weiße, die wirklich so ein weiß waren. Da gab es welche, die waren noch viel mehr in einem beige Ton. Aber die sind so... Die sind einfach nice. Die sind so, 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 so hübsch. Und passen auch perfekt rein. Ja, was willst du mir sagen? Ja, oh, oh, danke schön. Genau, also ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Davon habe ich jetzt 105 Stück gekauft. Das ist noch eine Packung. Schau dir das mal an. Ich habe noch eine Packung im Auto. Also, weil wir haben ja 35 Tische. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Kerze pro Tisch. Dann haben wir ja auf dem Brautpaartisch zwei Stück davon. Das sind ja jeweils fünf. Und man muss rechnen, das Ganze mal zwei Tage. Also einiges auf jeden Fall. Dann habe ich jetzt wieder diese Dinger gekauft für die Teelichter. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Da soll ja dann auch so Bänder drum und so. Das wird ja alles noch verschönert. Dann habe ich hier auch mal noch ein Feuerzeug mitgenommen. Dass einfach mal was da ist, auch hier mit Nachfüllpackungen und so weiter. Genau, das habe ich euch ja schon gezeigt gehabt. Ich habe jetzt noch mal, das ist jetzt für uns einfach mal ein... Ich habe nämlich gemerkt, ich habe ganz viele Geburtstagskarten, aber alle so Mädels lastig. Ich wollte mal so etwas Neutrales haben, was man auch einem Mann schenken kann. Und die hatten gerade diese Ballons wieder aufgefüllt. Oh mein Gott, normalerweise kriegt man ja bestimmte Buchstaben überhaupt gar nicht. Da habe ich jetzt direkt zugeschlagen für Lias und Samu. Nur einmal die kompletten Namen für die nächsten Geburtstage sind wir da auf jeden Fall ausgesorgt. Genau, ach so, was ich noch geholt hatte, sind die Teller. Die Glasteller, die habe ich euch ja schon... Habe ich euch jetzt mittlerweile eigentlich gezeigt. Ich glaube schon, oder? Die Glasteller, wo ja dann die Teelichter und auch die Vase draufkommt mit Pampasgras. Und diese zwei Teile hier habe ich geholt. Die finde ich total süß, die haben 1,99 Euro gekostet. Und da kann man zum Beispiel jetzt das mit den Kerzenständern, sieht super schön aus. Oder auch vielleicht sogar diesen durchsichtigen Teller da drauf zu stellen. Oder, oder, oder. Ich habe zwei Stück geholt, das soll wirklich nur für Brautparttisch sein. Für 1,99 Euro, das konnte ich jetzt nicht für die kompletten Tische holen. Aber ansonsten, das finde ich echt richtig schön. Und das war, was ich euch jetzt alles gezeigt habe vom Action. Ach so, für uns habe ich noch eine Glühbirne mitgenommen. Genau, also alles, was ich euch gerade gezeigt habe von Action. Das Einzige, was oberätzend ist, ist die Tatsache, dass jede einzelne Kerze hier natürlich so ein Etikett dran hat. Und ich bin gerade dabei, oder beziehungsweise habe die 5 jetzt mal abgemacht, hier mit einer Fanzette, weil mit Nägeln funktioniert das alles nicht. Es reißt komplett ein. Das heißt, es wird eine ganze Zeit lang dauern, diese Kerzen einmal komplett von diesen Scheiß-Etiketten zu befreien. Unglaublich, oder? Die haben übrigens 49, nee, 45 Cent gekostet. Also richtig genial. Die sind auch super günstig, kann man echt nicht sagen. Für die Masse natürlich wieder extrem. Aber die sind echt schön. Also fallen mir total. Die sind hier in so einer Kiste. Ich habe die ganzen Kisten, die sie dort hatten, mitgenommen. Drei Stück gab es eben, wie gesagt. Beim Kick war ich noch gewesen. Da habe ich mal zwei kurze Hosen mitgenommen, weil wir haben definitiv zu wenige für den Samu. Einmal diese Dino-Hose hier für 4,99 und für 3,99 diese hier. Ja, Schätzi, mit Löwen drauf. Genau. Ich bin richtig happy. Ich glaube, das werde ich so dekorieren, weil das hier in Kombination gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt muss ich nur mal den Verkäufer anschreiben, wegen dem Kerzenständer, weil bei dem anderen ja die Schrauben fehlen. Ich weiß nicht, ob ich das komplette Teil zurückschicken muss oder ob der mir die Schrauben nachschickt. I don't know. Ja. Ich bin völlig gaga. Ich bin richtig, richtig müde, weil ich bin ja aufgestanden. Dann hatten wir heute Morgen übrigens Handwerker da gehabt. Unsere Softclothes. Nie wieder. Schiebetür. Die hat mal wieder gezickt und die ist gar nicht mehr zugegangen. Also richtig schlimm. Das ist ja jetzt mittlerweile das dritte oder vierte Mal, dass wir die reparieren lassen. Also die ist super buferempfindlich. Die ist wunderschön, dass man die aufmachen kann. Man hat halt wirklich eine große, breite Tür, wo man rein und raus laufen kann. Oder auch, dass man halt keine Tür hat, die dann einem Weg steht, wenn man sie auf und zu macht, sondern die halt so zur Seite geschoben wird. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber die ist so empfindlich. Nervig. Also wir würden die nie wieder nehmen, obwohl wir sie lieben. Sie ist echt toll. Aber die hat auch jede Menge Geld gekostet und dafür ist es echt ärgerlich. Aber naja. Ist jetzt schon, keine Ahnung, dass wir Flüte mal ratiert worden. Wir haben Gott sei Dank noch, also wir haben ja auf dieses Haus sieben Jahre Garantie. Achtung, Samu, du machst es kaputt. Zumachen. Auf sowas wie jetzt zum Beispiel auch die Fenster oder diese Schiebetür gilt halt eben diese Garantie. Das ist unser Glück. Aber ich glaube, nach sieben Jahren, wenn die dann immer noch ständig kaputt geht, das lohnt sich überhaupt gar nicht. Das ist unendlich teuer, die mal reparieren zu lassen. Ja. Dann lohnt es sich eher, die komplette Wand einmal rauszuschlagen und eine neue Tür einzubauen. Also das ist strange. Naja. Das war heute Morgen, genau. Und ich habe den Dias ja dann in den Kindergarten gebracht. War beim Lidl einkaufen. Dann bin ich nach Hause. Habe hier zusammen mit Samu gefrühstückt. Und nach dem Frühstück habe ich mich direkt an diese Küchengeschichte hier gemacht. Mit wirklich extremen Reinigung. Und als ich damit nämlich fertig war, habe ich ja kurz mit euch gequatscht. Und als ich mit euch fertig gequatscht habe, bin ich ja direkt los zum Action und zum Kick. Es hat lange gedauert. Ich war gute anderthalb Stunden ungefähr unterwegs. Weil ich habe echt lange, ich habe auch gewartet, bis die mir noch mehr Kerzen aus dem Lager geholt hatten und und und. Also es hat echt alles lange gedauert. Und als ich zurückkam, habe ich mir jetzt gerade von gestern, war noch ein Stück Pizza übrig. Die anderen Stücke hatte der Lias und meine Schwester gestern gegessen. Habe ich dieses eine Stück Pizza gegessen und ich habe trotzdem echt überhaupt keinen Hunger. Zwischenzeitlich ist der Samu dann auch wach geworden. Ja, mein Knazi. Und jetzt hatte kurz mit meiner Schwester und mit meinem Mann gequatscht und jetzt mit euch und irgendwie der Tag geht so rum. Wir müssen jetzt auch gleich los, weil der Lias muss heute um drei Uhr abgeholt werden. Wir holen ihn meistens so gegen drei Uhr dreißig ab. Gerade wenn es so Wetter wie heute ist, es regnet immer mal wieder. Hat er wenigstens schöne Beschäftigungen im Kindergarten. Aber eine Erzieherin ist krank, deswegen sind die unterbesetzt und deswegen holen wir ihn heute schon um drei Uhr ab. Ja. Ja. Können gleich losgehen, dein Bruder abgeholt. So schaut es aus. Der Tag geht rum wie im Flug. Ich habe zwischendurch immer mal wieder auf meine E-Mails geschaut, aber ich habe noch keinen Vlog geschnitten. Ich habe noch nichts eigentlich gemacht. Läuft bei mir. Läuft bei mir nicht. So, ich bin fertig. Fast ist nur noch eine einzige übrig. Leute, ich habe jetzt wirklich bei den ganzen Kerzen diese Etiketten abgemacht. Seht ihr diesen Haufen? Höher als meine Hand. Und auch richtig dick. Und was ich noch gemacht habe ist, ihr seht es ja, die Kerzen sehen jetzt alle schön aus. Oben sahen die alle so aus. Alles abgefummelt. Schaut mal. Katastrophe. So, die letzte und dann ist fertig hier. 105 Stück. Aber ich muss mal ausrechnen, wie viele ich noch brauche. Total vergessen, mich noch mal zu melden. Ich saß aber die ganze Zeit am PC. Ich habe die ganze Zeit mit diesen Kerzen rumgemacht. Haushalt dann gemacht. Und ja, irgendwann mal haben wir dann den Samu ins Bett gebracht. Und dann bin ich baden gegangen. Und zwar für ganze drei Stunden. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal baden war. Das muss mindestens vier, fünf Wochen her sein. Also wirklich schon lange. Und es hat richtig gut getan. Jetzt habe ich mich gerade ins Bett gelegt. Mein Mann geht gerade duschen. Und das tut so gut. Frisch gebadet in einem frisch bezogenen Bett. Weil ich habe heute die ganzen Betten auch Bettwäsche gewaschen und so weiter. Ich liebe das. In einem frisch bezogenen Bett, frisch gebadet. Abends ins Bett zu kuscheln. Das ist nice. Naja, ich werde jetzt, ich habe gerade Fernsehen gemacht, und werde wahrscheinlich ein bisschen Fußball verfolgen. Und ich werde vielleicht noch ein bisschen an meinem Handy, wenn mein Mann so Fußball guckt. Ich gucke immer nur so nebenbei. Vielleicht noch mal nach ein paar Sachen schauen, bis ich irgendwann mal einschlafen werde. Das ist der Plan. Ihr Lieben, wir hören und sehen uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.